Hallo und herzlich willkommen zu einem Review zu der Gloss-Beta zu Diablo 2 Resurrection. Ich würde gleich meinen Anfang euch empfehlen, euch, wenn es hoffentlich noch geht, ich habe es schon vor Jahren gemacht, bei Blizzard euch noch das alte Diablo 2 mit Add-on runterzuladen, die Installationsdateien, das heißt, ihr kriegt eine kleine Datei und dann geht da die Installationsdateien runter. Da würde ich euch ganz dringend raten, euch das runterzuladen, weil wenn ihr hier das alt seht, was hier drin ist, beziehungsweise was auch rausgenommen wurde, werdet ihr mich verstehen. Das ist die Gloss-Beta. Ich sage euch gleich, so wie die Gloss-Beta aussieht, so wird auch die Open-Beta aussehen, mit allen Marken und sonst was. Und es ist eine Version, wo man sagt, also eigentlich ein Remake ist ja eigentlich immer, es kommen Verbesserungen rein. Wird nichts rausgenommen. Blizzard, wir kennen Blizzard, Blizzard versteht es bis heute nicht. Die packen nervliche Zeug rein, packen gute Dinge raus. Blizzard. Wir haben es zwar nicht ganz verkackt wie bei Warcraft 3, aber es kommt schon nah ran. So. Weil das Spiel ist eigentlich ein Spiel, was für die Konsole gemacht wurde. Ehrlich? Ich zeige euch auch wieso. Wir kommen erst mal zu den Optionen. Hier sehen wir so, oh, Vollbild, Full HD. Grün. Denkt man sich. Dafür kann man komplett einstellen. Das können wir machen, wie ihr wollt. Könnt ihr alles hochstellen. Also wirklichen Unterschied sieht ihr da nicht. Und wieso? Hier, die Spielauflösung, egal ob ihr das Neue oder das Alter habt, bleibt so. Das ist nämlich der Knackpunkt. Was wir gemacht haben, ist ein Mod drüber gepackt. Ihr könnt auch Diablo, das normale Diablo 2, einfach auf Full HD spielen. Macht einfach das normale Diablo 2, macht den Fenstermodus, zieht lang, fertig. Es gibt auch Mods, dass ihr Diablo 2, das normale Diablo 2, auch Full HD spielen könnt. Geht. Das war eine älteren Grafik, aber es geht. So. Gameplay. Was gut ist, ist, man kann automatisch Geld aufsammeln. Das ist gut. Automatische Gruppeneinladung ist scheiße. Würde ich ausstellen. Auf die Zuweisung. Hier könnt ihr über die Mana gucken und so alles euch ja, anzeigen lassen, wie viel Mana ihr noch habt, in der Sinne habt. Braucht man die unbedingt. Okay. Jetzt kommen wir zu einem ganz großen Knackpunkt. Chat. Ihr habt ein Chatfenster, ein Online. Ihr habt eure eigene Karte. Machen wir auch gleich und dann seht ihr, was ich meine. Trotzdem seid ihr in einer Lobby drin. Wo ihr sperren und dann angezeigt wird. Party. Ihr könnt das nicht ausblenden. Das ist kein Scherz. Ihr könnt M oder sonst was drücken. Geht nicht. Controller, Vipration ausschalten. So, machen wir auch mal übernehmen. Ich wollte noch Spielname und Passwort anzeigen. Würde ich euch raten, dass ihr ausschaltet. Ansonsten, wenn ihr da im Menü seid, sieht jeder euer Spielername bzw. euer Passwort und kann einfach so beitreten. So, wenn ihr jetzt so einfach spielen macht, seid ihr irgendein Online-Ding drin. So, machen wir mal Lobby. Hier ist Lobby. Ihr könnt auch... Das Normalding wird APA dann angezeigt. Hier könnt ihr offline machen, wie ihr wollt. Hier seht ihr selber die Meiner. So, wir machen mal Nü-Zu-Horge. Mal gucken, ob er das gelöscht hatte. Habla, habla. Acht Mitspieler gab es auch schon vorher. Das ist auch Tempo. So, wir haben hier selber jetzt einen kleinen Server erstellt. Das geht auch mit dem normalen Diablo 2. So, wir drücken F. Ich brauche nochmal ein Menü, um da ranzuzoomen. So sieht das Ding jetzt aus. So sah es vorher aus. Ich finde, die Visage sieht hier bei der ganz schön eckig aus. Ich meine, jeder, der lange Diablo 2 spielt, weiß, man kann mit dem Trick das Ding, das, auch die schwarzen Ränder wegmachen. Das geht mit dem Mod, das geht auch mit, wenn man eine Datei ein bisschen umschreibt. Man hat auch Full HD. Hier ist das einfach nur, ja, ihr habt jetzt Full HD, was angeblich vorher nie ging. Rück rauf durch das Spiel. Das ist von Blizzard auf gut Deutsch der einzige Punkt, um zu verkaufen und besser Grafik. Ich persönlich fand die alte Grafikstimme ja. Es war gruseliger, es war dunkler. Es ist einfach zu hell. Mal zu den nächsten. Uhren. Ich weiß jetzt nicht exakt, ob das Ding größer ist. Selbst wenn es hier zwei Felder und hier zwei Felder größer ist. So viel bringt es auch nicht. Zeit, Nicht- und Ranglisten. Halber. Ich glaube, jeder spielt Rangliste. Also sind die Dinger schön farsch. Also bleibt eine persönliche. Gut, weil hier könnt ihr teilen, ja, das ist euer persönlicher Ding für euren Charakter. Aber ganz ehrlich, das Feuer konnte man immer teilen. Jetzt heißt es nur, fangst du, ist nicht so. So, kommen wir zum nächsten. Diese Fläschchen. Wir kennen das. Man kann die werfen, es sind Waffen, beginnst du Schasi. Wir sehen hier auch ein bisschen Chat, der mir ankotzt, beginnst du Schasi. Wir haben hier eine Flasche. Wir wollen sie reparieren. Es geht nicht. Geht einfach nicht. Ich kotze mich an. Rausgenommen. Ich konnte die immer reparieren. Und dass die Kanone hier gemacht wird. So. Ihr könnt in die Close Beta halt mit den Rundmenschwörer spielen. Vergleichen wir auch noch das PC. Ich spiele mit Maus und so. Hier links wäre Chatfenster. Ihr könnt den Chatfenster nicht ausstellen. Es wird immer eingeblendet. Das ist die Kacke. Ich zeige euch auch mal, wieso. Worldchat. Worldchat 1 oder alle. Ihr könnt den Chat nicht ausstellen. Es ist scheiße. Ihr könnt nicht machen, dass ihr keinen Chat haben wollt. Das ist Kacke. Was soll das? Ganz ehrlich. Müll ist das. Mit einem Respekt. Ich bin sogar zum Kotzen. So. Kommen wir zu den nächsten. Wir haben eine Begleiterin. Wir wissen noch alle, wenn wir eine Begleiterin haben und die hat sich was getan, können wir sie heilen. rüberziehen. Fertig. Geht auch bei der alten Version. Kommen wir mal zu dem Controller-Spiel. Weil dieses Spiel, wie schon gesagt, ist eigentlich für Konsolen gemacht. Das sehen wir jetzt auch ganz einfach. Ich habe hier einen Controller. Ich drücke jetzt eine Taste. Es sieht jetzt komplett anders aus. Ich drücke Start. Es sieht auch komplett anders aus. Ihr wollt jetzt die heilen. Und die machen. Ihr könnt auch nicht so, wenn sie sagt, okay, dann heile ich halt mal so auf Söldner. Auch nicht. Ihr könnt eure Söldnerin mit den hier nicht heilen. Controller ist absolut. Und das Spiel mit Controller spielen hat die mehr Nachteile als Vorteile. Und das Liga, die abgezogen haben. So. Das ist XX und so alles, weil ich unten eingestellt habe, dass man die Namen und Passworten hier sieht. Das ist auch nochmal. Ja, weil ich das ausgestellt habe, sieht man da nichts. So. Aber ist nicht wirklich gut gemacht. Ihre Also die Controller-Spieler haben haben es nicht besonders gut. Würde ich mal sagen. Was? Lündern. Meiner eigentlich sollte doch ein Spiel besser gemacht werden. Hier steht immer kurz immer Channel beigetreten, Channel beigetreten. Wieso? Wenn ich einen eigenen Server öffne, was auch in die alten Versionen geht, dann habe ich nicht einen Allround-Chat, habe ich nur den Chat der, also von den, die mitspielen. Das, was die hier abziehen von Blizzard ist der größte Dreck. So, gehen wir mal weiter. Zeige ich euch mal. So sieht es per Controller aus. Die Energie. Das ist doof. Dann müsst ihr immer gucken, wie angegriffen wird, beziehungsweise ihr schlagt einmal und die Energie leistet es wieder weg. Anders mit Maus und Tastatur. Ihr habt jetzt schon zerpflückt. Ja. Ihr habt immer oben angezeigt. Das heißt, ihr müsst bei PC, deswegen, PC ist bei Weitem besser als das Ding mit Controller. Ihr müsst beim PC immer nur oben gucken, oben in der Mitte so viel Energie hat er. Ihr wisst immer, wer wo es ist. Wenn ihr per Controller spielt, müsst ihr mal gucken, wo ist die Figur, wie viel hat er noch, oder der läuft weg. Ich sehe überhaupt nicht mehr, wie viel Leben er hat. Bei Bossen ist das extrem beschissen. Okay, Blutrabe, ich musste permanent sehen, ich habe vor kurzem gestreamt, wo ist sie, wie viel Energie hat sie noch. PC-Version seht ihr immer oben, so viel Energie hat sie. Das ist schlecht gemacht, das ist einfach nur schlecht gemacht. Ich zeige euch das bei Trussbaum. Ja, wo ist Chrissy? Chrissy will sie hier nicht blicken lassen. Das hat er schon so tun. Chris Volt ist nicht mehr da. Also, so ist das PC. So, jetzt passen wir auf, Controller. Ganz ehrlich, das ist doch umständlich, oder? Müsst ihr mal gucken, okay, so viel hat der immer weniger anguckt, das ist doch echt umständlich. Also, ich finde es nicht gut. Ich finde, da hat man das Spiel schlechter gemacht, schon besser. Meine Meinung. Viele werden es natürlich gut finden, Spiel, weil sehr viele halt gesagt haben, immer so, ja, die Able 2 alte Grafik will ich nicht, das neue Grafik auch jetzt holen wir uns das Ding, aber also, besser ist das Spiel garantiert nicht geworden. Deswegen gebe ich Ihnen den Tipp, weil auch viele Dinge hier einfach schlechter gemacht sind, auch mit den Chat permanent, ja. Ich gebe wirklich jedem den Tipp, ladet euch die alte Version noch runter, bevor ihr das wie bei Warcraft nicht mehr machen konnte, weil Warcraft 3 konnte man das ja nicht mehr machen, dass sofern Warcraft das Reforge rauskam, sich die alte Version noch runterladen konnte. Das ging ja einfach nicht mehr. Da hat man ja permanent die neuere Version gehabt, die einfach nur schlecht gemacht ist. Also mir gefällt es nicht wirklich, weil einfach zu viele Dinge sind, die einfach extrem nerven. Es ist nicht mehr als eine bekloppte Mod, was sie drauf gepackt haben. So, wenn man jetzt sagt, ja, das Ding für 16 Euro und da hat man ja auch Diablo 3 da drin hat. Das ist genau der Grund, weswegen ich das nicht wirklich gut finde. Das ist jetzt eigentlich genau wie Diablo 3. Diablo 3 wird nicht gemocht, weil Diablo 3 einfach so eine Grafik hat, die irgendwie aussieht nach Comic. So, machen wir als Grafik. Sieht Stimme ja aus, also von Gruselfaktor, gut, ich kenne das Spiel von früher auch, weil das Ding ist einfach Nebel, das viel, viel zu hält. Das sieht einfach Stimme aus. Was dann immer damit kommen ist, ja, aber ihr habt ja keinen Full HD. Ja, könnt ihr euch aber selber machen Full HD. Also, wenn ihr altes Spiel habt, bleibt bei ihr altes Spiel. 40 Euro dafür auszugeben, sehe ich keinen Grund für. 60 Euro dafür ausgeben, da habt Diablo 3 da drin, Diablo 3 ist tot. Diablo 3 spielt kein Schwein. Wenn Diablo 3 seit 4-5 Stunden durch für den Magier benutzt. Für dieses Spiel braucht ihr bei Weitem länger, ist klar. Aber die haben hier Dinge rausgenommen, Nervedinger reingepackt, müsst ihr vielleicht nichts wissen. So wird auch das fertige Spiel aussehen, weil denkt daran, wir haben etwas mehr als im Monat noch Zeit. Das ist das fertige Spiel. Ich weiß, ob das Beta steht oder nicht, das das fertige Spiel. Ihr habt sogar, wenn ihr öfters mal die alte Grafik macht, oder rauszoomt, ohne Scherz, dann bricht auch mal das Spiel ab. Hat ihr auch schon. Das werdet ihr nicht nur eine Beta haben, sondern auch eine Vollversion. Gibt es auch einige Dinger, zum Beispiel Moonclan und so alles, aber die Ziegenböcke, die machen ganz Gummigeräusche, was vorher auch nie war. Ja, es hakt permanent, das Spiel permanent hakt, die alte Version auch nicht. Ich weiß nicht, also ich komme mit den neuen nicht wirklich warm. Ihr habt alles, das auch in der alten Version drin. Was sie natürlich machen werden, um dieses Spiel zu verkaufen, ist, dass sie die Server für alte Version einfach sperren. Das können sie ganz klar machen. Blizzard will ihren Scheiß verkaufen, ihr kennen Blizzard, dass sie den halt verkaufen. Nicht wirklich wollen. und ich meine, der Unterschied ist ja eigentlich die Grafik und dass sie raus genommen haben. Ihr habt also 22 Gigabyte plus nur wegen die Grafik 22 Gigabyte. Das normale Spiel ist 1,9 Gigabyte groß. Das Ding ist 22 Gigabyte groß. Für was? Für Grafik, das mir persönlich die Freude schon ein bisschen nimmt an dem Spiel. muss man ganz ehrlich sagen. Das sieht viel Stimme aus. Das ist Table 3. Da vergibt nicht Spinnen. Sorry. Gut, müsst ihr selber wissen, ob ihr das spielen wollt ab dem 23. 23. Ist ja eine Open Beta für alle. Müsst ihr selber wissen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.